Ich kenne viele Polizisten, die sind auf dem Kippen. Ich kenne viele Polizisten, die sagen, das kann doch dein Leben sein. Ohne Verschärte, ohne Weihnachtswerke, ohne Treffen mit Familie, mit Freunden. Was ist denn das für ein Leben? Das ist dein Leben, ja. Das ist Diktatur und das wollen wir nicht. Wir sind eine Menschheitsfamilie und dazu gehört eine Polizistin auch dazu. Wir alle sind eine Menschheitsfamilie, wir haben uns gemeinsam. Wir können nur mit uns zusammen überleben. Und wer diese Tigerliste kennt und wer weiß, dass hier in einem Genialen noch 25 Millionen Menschen in Deutschland leben sollen, dann muss man sich doch fragen, wo sind die Aderwolle hin? Bürgerkrieg, Polizist, fortgeschritten, 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 wo sind die ganzen Menschen hin? Ausgewandert. Nein, wir müssen unser Land verteidigen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir hier ein menschenwürdiges Leben haben, hier in diesem Deutschland. Ja, und da müssen wir alles bedanken. Alle mit den Menschenzimmern. Ich bin ein Mensch-Vergänzer und ich bin ein Mensch-Vergänzer, die nicht schützen. Und ich bin ein Mensch-Vergänzer, die überhaupt nicht mehr leben wollen. Ich bin ein Mensch-Vergänzer, die überhaupt nicht mehr leben wollen. Wenn die sagen, verdammten Corona-Scheißen vorbei ist. Wir haben Angst, alle Leute anzustecken. Wir haben Angst, zwangsgetestet zu werden und dann sterben zu müssen. Was machen wir gerade hier mit unseren Kindern? Wir nehmen einer ganzen Generation die Zukunft. Meine Tochter hat mir zu schon gesagt, wir stehen immer mit Kontakt in Tansania auf Europa. Wir müssen rausgehen, wir müssen die Kinder retten. Ich habe gesagt Luise. Zeig dir durch, zeig dir durch, du schaffst das! Und wir müssen das schaffen, wir müssen zusammenhalten. Das ist das Einzige, was ihr hier habt. Und ihr lieben Polizisten, ihr seid auch drei von uns, ihr seid ein Teil einer Menschheit von dir. Und ihr seht ganz genau, dass die Demokraten hier auf der Straße stehen. Einmal noch, ja? Wir sind für weit, wir stehen hier. Die Faschisten, die sitzen in der Bundesverdienung gerade. Und sie wollen nicht mehr leben gehen, sie wollen nicht mehr leben gehen, sie wollen nicht mehr so viel weg gehen. Sie wollen uns nicht freuen, wir haben Spaß am Leben. Wir sollen nicht mehr feiern können, wir sollen nicht mehr tanzen können, wir sollen nicht mehr lachen können. Alles wird schon gefährlich. Und wir sparen jetzt immer schon Leute ein, die den Mundschutz verweigert haben. Meine Aktivistin hat schon fünf Tage, einer ist auf dem Fahrrad gesessen. Wir kennen das, nur weil sie die Mordschütze dabei ist, das hat fünf Tage, da kommt schon die Konsequenzen. Wo kommt denn denn da hin? Wo kommt denn denn da hin, wenn du was gemacht hast? Wenn einer von uns hat die Wissen fest, dann wirst du gar nicht mehr aufstehen. Schieß euch an! Leiter, bitte weiter! Leiter gehen, bitte weiter gehen! Noch mal eine Durchsage der Berliner Polizei. Der Raum für ihre Grundgebung wird erweitert in Richtung der sichtbaren Fahrzeuge der Berliner Polizei. Einen weiteren Aufzug werden wir jedoch nicht erlauben. Es bleibt eine Grundgebung. Sie werden keinen Aufzug in Richtung Fliegesäule durchführen können. Lediglich der Veranstaltungsraum der Grundgebung wird für sie erweitert bis in Höhe der sichtbaren Fahrzeuge der Polizei. Ich wiederhole noch einmal die Durchsage für sie zur Information. Der Raum für ihre Grundgebung wird erweitert in Richtung Fliegesäule bis in Höhe der sichtbaren Absperrung. Ein weiterer Aufzug werden wir nicht bestanden. Es bleibt eine Grundgebung auf dem Aufzug. Mit diesen Rufen wird die Geschichte geschrieben. Und ein ganzes Regime gespürzt. Damit ebnen wir wieder einmal den Weg zum Mauerfall für die Einheit Deutschlands und Eurepas. Mit diesem Tag in Richtung Fliegesäule. Mit dem Aufzug werden wir nicht. Wir freuen sich, wenn wir nicht mehr in Richtung Fliegesäule sind. Also wir sind auch purs, wenn wir nicht mehr in Richtung Fliegesäule sind. Hier ist es wichtig, das ist wichtig, das ist für die Dinge zu erlauben. Wir werden uns hier gezeigt. Und da wieder ein paar Bilder dritteln. Der Raum Ihrer Kunstgebung wird nun erweitert. Dies dient dem Zweck, dass Sie mehr Abstand einhalten können. Es wird keinem aufzugeben, der von uns gestattet wird. Es geht nicht weiter bis zur Regelsäule, lediglich eine Erweiterung des Kunstgebungsraums. Wir überwachen, dass Sie mehr Abstand halten können. Wir werden keine Reise aufhalten. We are not afraid.